Rameda stattet jetzt ihren Audi A6 mit einer Anhängerkupplung aus. Der Komplettsatz beinhaltet die Zugvorrichtung und den passenden Elektrosatz dazu. Der Kugelkopf lässt sich einfach hervorschwenken und verriegelt sich automatisch. Die maximale Anhängelast beträgt 2100 kg bei einem D-Wert von 10,9 kN. Der Kugelkopf ist für eine Stützlast von bis zu 85 kg ausgelegt. Im Lieferumfang ist eine 13-polige Steckdose enthalten. Geliefert wird eine vorkonfektionierte Steckdose. Das Paket kommt mit einem fahrzeugspezifischen Elektrosatz für Ihr Fahrzeug. Die Steckdosenhalterung lässt sich ganz einfach abklappen. Die Blinküberwachung erfolgt über den Datenbus. Eine Abschaltung der Einparkhilfe erfolgt automatisch. Die Nebelschlussleuchte am Fahrzeug wird durch den E-Satz deaktiviert. Nach der Montage ist eine Fahrzeugkodierung notwendig. Eine schwenkbare Anhängelvorrichtung stellt die komfortabelste Art der Handhabung dar und ist mittlerweile Standard in der Erstausrüstung bei Fahrzeugen deutscher Premiumhersteller. Bestellen Sie dieses Komplettpaket zum Festpreis und lassen Sie die Ware direkt an einen unserer vielen Montage-Points in ganz Deutschland liefern.